Christiane. Schau, wer jetzt kommt. Christiane. Da ist die Christiane. Die freut sich alles sehr. Dankeschön. Stefan. Und ein Duft. Ein Weihnachtsduft. Danke, wieder Stefan. Nina. Nina. Die Nina kennen wir auch schon. Sie hat angerufen als der Kranke. Danke schön, Leopold. Dann haben wir noch die Petra. Und dann haben wir noch eins für den Leopold. Ach, das ist so süß.